Nein, das wollte ich ja auch gar nicht. Ich wollte mit dem Ding hochlaufen. Jetzt kann ich rauflaufen. Ja, natürlich. Ich muss erstmal von der Seite probieren und dann kann ich von vorne hochlaufen. So muss das sein. Oh, das Geklitsche fängt wieder an. Ich habe es auch gar nicht vermisst. Ja, können wir jetzt bitte losfliegen? Hier muss ich auch noch was machen? Was denn? Graben. Stellen wir erstmal den Kern mit. Wollte ich auch gar nicht. Ich wollte... Das wollte ich auch nicht. Hm. Ah, wie ist das schwitzig. Ich muss das schwitzig. Ich muss das schwitzig. Ich weiß nicht, was ich hier noch tun sollen könnte. Ich weiß nie. Ja, wie ist das schwitzig. Ich weiß nicht. 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 oh je war Ärger. Ich habe keine Ahnung. Ist ja nicht so, als könnte man da viel machen. Wir haben also noch was beim Sonnenmarkt und beim Sonnenpark. Und beim Schreien fehlt uns noch der Stern auf jeden Fall. Wo auch immer der ist. Nein, da komme ich ja nur noch zurück nach Hause. Hast du mir was zu sagen? Hui, du hast alle haben uns gefunden. Großartig. Nicht die Befürchtung, also irgendwie den Eindruck, wir müssen hier noch was machen. Das riecht nach Keksen, ne? Das riecht nach Hamster. Okay. Oh, ja klar, Hamha, du bist es. Tut mir wirklich leid, aber ich bin damit beschäftigt, von meiner Mama verhätschelt zu werden. Hm. Oh, Hamha, die Blume duftet wunderbar, nicht wahr? Sie ist perfekt für ein Knutsche wie mich. Oh, alle haben sie wieder gefunden. Und dann bist du Hamzolo. Du sprichst von mir? Lass mich allein. Hm. Du immer noch. Also ich hatte dich doch, glaube ich, schon mal darunter, ne? Hm. Hm. Huch, das wollte ich nicht. Hey, oh, du bist da? Tut mir leid. Und da hatte ich mich mit meiner Freundin. Komm doch schnell vorbei. Ne, 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 sorry, aber... Ne, 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 ne. Okay. Nun habe ich scharfe Krallen. Schön. Jetzt kann ich denen die Augen auskratzen. Oder so. Hm. Ey, ich habe Sonnenblumenkerne gefunden. Hm. Aber auch nicht das, was ich haben wollte. Zwar nett, aber das wollte ich. Aber war hier nicht die Schlange drin? Quasi. Wenn du ein Mädchen zum Weinen bringst, musst du dich wie verrückt entschuldigen. Okay. Das ist mir auch nichts Neues zu sagen. Der will eh nur Eichen von mir. Du hast jetzt dein... Das. Das gehört mir. Ich habe es ehrlich und fair gegen eine Kirsche eingetauscht. Mann, hier war nur ein Shop, ne. Noch mehr Kerne. Das ist schön. Da ist noch einer, habe ich da. Autsch. Oh, da wird alles schwank. Ein bisschen in Ordnung. Oh, Upsi. Okay, da war nur für das Upsi. Alles in Ordnung. Okay, das war dieses Fake-Loch. Das ist so eine ruminöse Grasstelle. Nein. Nee, wir müssen wieder was spielen. Oh, ich müffle. Das ist Schweiß. Huch, das wollte ich nicht. Kann ich denn? Das ist... Nicht, dass es ein sicherer Platz umbaut ist. Okay. Du bist der Erste, der hier gräbt. Ja. Bounce, 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 bounce. Das sieht so falsch aus. Hm. Ich glaube, mir bleibt tatsächlich nichts anderes übrig. Ich weiß nicht, was ich hier noch tun soll. Ich gucke mal ganz geschwind nach. Moment. Okay, Leute. Da wäre ich jetzt tatsächlich nicht drauf gekommen. Nein, nein. Hamtero. Das Thema hatten wir. Was ist der da? Der? Nein. Der? Ha, Moment. Das ist der einzige große Stein. Huch. Hier ist keiner. Da ist noch einer, aber... Ach, das ist da was. Okay. Ganz ehrlich, da kommt doch keiner drauf. Ich zumindest nicht. Hm. Okay. Es fehlt uns aber noch ein Stern. Wo fehlt er uns noch mal? Ich weiß es nicht mehr. Geh mal auf die Karte. Da fehlt uns immer noch einer. Hä? Hatte ich das nicht schon gemacht? Achso, nein. Ich hatte den angebaut. Dann war der hier drüben. Jetzt hier irgendwo. Da. Ich habe den zwölften Stern. Ja, du hast alle Sterne gefunden. Und ich kriege eine Note. Bitte. Du hast kleiner Sterne erhalten. Ein Song zum Tanzen. Wir fehlen aber immer noch Steine. Gibt es denn da auch Tipps für Steine? Das wäre super. Ich weiß echt nicht mehr, wo ich noch suchen soll nach den Dingern. Vielleicht muss ich auf Englisch mal schauen. Ich möchte gerne diese Tür öffnen. Das ist tatsächlich alles, was ich noch machen möchte. Na, wobei nicht. Mir fehlen ja auch noch ein paar Sachen, ne? Aber wir haben jetzt alle Sterne. Das ist schon mal ein kleiner Erfolg. Auch wenn ich die nicht ohne Hilfe gefunden hätte. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Also zumindest die letzten beiden Sterne nicht. Jetzt fehlen noch ein paar Sachen. Deswegen schaue ich jetzt einfach mal geschwind nach. Ich möchte nämlich gerne alles finden. Das Schlimme ist aber, ich müsste jetzt alles hier durchlesen. Ich weiß, was ich schon alles gemacht habe und was nicht. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Ich möchte jetzt eigentlich hier nicht Stunden mit Lesen verbringen. Kann ich hier eigentlich irgendwas machen? Nö. Hätte ja sein können. Kann ich hier drunter kriechen? Nö. Hätte ja sein können. Die Statue von Pachinga. Ach, wie wieder jemand meint hier, seine Musik laut spielen zu müssen. Damit auch jeder sie hört. Hi, du. Ich habe dich gar nicht angesprochen. Nein. Nee. Ich brauche nichts. Nein. 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 Wenn nicht, bin du so ein kleines Kind schon mal gar nicht. Tö. Ach, Mensch. Da hinlässt ihn. Ach, da komme ich aber auch nur wieder nach Hause, ne? Ich habe ja nicht jemals hingegangen hier nach hinten. Welche dicke Dugging machen? Komm schon wieder nach draußen. Ja. Okay. Ähm. Fehlt beim Eichenschreiben. Was fehlt mir denn da? Ich weiß es halt leider nicht. Ja. 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 Ich denke mal, das sind einfach nur noch ein paar, ähm, Dinger, die mir fehlen. Huch. Okay. Schauen wir mal. Vielleicht kriege ich noch ein paar Steine zusammen. Das wollte ich nicht. Ich wollte erst das. Dann die Assel raus, die ich nicht brauche. Und dann wollte ich hier einen Stein. Ich weiß noch leider nicht, wie viel mir überhaupt noch fehlen. Die habe ich. Die im Park habe ich, glaube ich, auch alle in den Ruinen. Was für ein Treasure Chest? Muss ich jetzt nochmal einen Moment? Da war ja nur ein Stern drin. Wenn ich vorher hingegangen wäre, wäre denn dann... Sind da jetzt Steine drin in der Truhe? Bei den Ruinen. Entschuldigung, dass ich das jetzt hier so auf die Cheater-Methode mache, aber ich hätte wirklich gerne... Ich würde gerne die Tür aufmachen. Muss ich gestehen. Es wird nichts Besonderes dahinter sein, aber ich möchte gerne die Tür öffnen. Einfach weil wir schon so viele Steine gesammelt haben in der Zeit, seit wir das hier let's playen. Okay. Ich wollte den Reifen nicht begrüßen. Tatsache, da sind jetzt drei Steine. Yay! Ich weiß noch leider nicht mehr, wie viele Steine ich jetzt gebraucht habe. Ich glaube, um die acht oder neun. Ich glaube, so viele waren es aber nicht mehr, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. 隊 había innen. Bis zum nächsten Mal. knot 概